Es ist nicht die Oscar-Verleihung. Wir sind in Kassel. Und das ist nur eine Feier der MEG. Die Firma heißt so wie ihr Chef, Mehmet Ercan Göker. 2009 ist die MEG zweitgrößter Vermittler privater Krankenversicherungen in Deutschland. Seinen Erfolg erklärt Herr Göker so. Ein optimaler Vertrieb muss geführt werden mit der Organisation, der Ordnung, dem fleißenden Disziplin der ehemaligen Sowjetunion. Ja, streng, hierarchisch, straff. Aber auch mit den Möglichkeiten der Liebe, der Leidenschaft der Amerikaner. Klaus Sterns Film über Mehmet Göker ist das Porträt eines bizarren Karrieristen, seiner sektenähnlichen Firma und ihrer gigantischen Pleite. Und er ist die brillante Studie einer Branche im Vollrausch, die jahrelang von ungebremstem Wachstum träumte. Bei der MEG fuhr nicht nur der Chef Ferrari. Im Fuhrpark standen 14 davon, neben diversen Porsche. Die Belohnungsreisen für verdiente Mitarbeiter führten nach Las Vegas oder New York. Check-in im Waldorf Astoria, danach Boutiquenbummel. Dann geht man zu Gucci, dann geht man zu Armani, dann kauft man nicht für 3000 Dollar, dann kauft man für 13.000 Dollar, für 30.000 Dollar. Was der Film zeigt, sind die Auswüchse des mörderischen Wettkampfs, den sich die privaten Krankenversicherungen um die Kunden liefern. Jährlich geben sie über 2 Milliarden Euro für Provisionen aus. Profiteure sind die Versicherungsmakler. Für die Vermittlung eines einzigen Kunden kassierte die MEG bis zu 8.000 Euro. In der Hoffnung auf noch mehr Verträge zahlten die Versicherungen der MEG sogar Vorschüsse im zweistelligen Millionenbereich. Doch statt neuer Verträge kamen immer weniger. Immer mehr Kunden realisierten, dass ihnen Versicherungen zum eigenen Nachteil aufgeschwatzt worden waren. Die Versicherer wollten die Provisionen für gekündigte Verträge und die umsonst gezahlten Vorschüsse zurück. Doch das Geld war weg. Verjubelt. Im Herbst 2009 muss die MEG Insolvenz anmelden. Die Forderungen der Gläubiger belaufen sich auf ca. 50 Millionen Euro. Ich hätte sehr gerne mit den Krankenversicherungen gesprochen. Ich hätte sehr gerne die Krankenversicherungen gefragt, was sie von dem System Göker halten und was sie daraus gelernt haben. Niemand wollte vor der Kamera was erzählen. Der Fall Göker hatte Folgen. Die Maklerprovisionen werden zum 1. April vom Gesetzgeber gedeckelt. Doch das Provisionssystem als solches wird nicht in Frage gestellt. Wer Klaus Sterns Film gesehen hat, ahnt warum. Es profitieren einfach zu viele Firmen von diesem Vertriebsmodell. Und im Fall einer Millionenpleite gibt es immer einen, der zahlt. Der Kunde.